so willkommen zurück hier bei dsp die forschung ist beendet ich hab gedacht er will irgendwas cooles dazu sagen okay die sind 100 drogen als sem planer haben wir mehr als gut perfekt was ich wollte ja hier und ihr gebraucht genau weil habe ich schon gezeigt hier die schmelzen können wir ja gar nicht machen weil er dazu das zeug brauchen das haben wir noch nicht das feiern eis haben und das feiernd eis war ja nur hier für nitrogen und ja sollten wir mal angehen dann so jetzt machen wir erst mal das technisch passen weil ich habe glaube ich drei gebrauchte drei sachen was haben wir auf alle fälle hier die zwei abländer warum mache ich dir die blauen frage ach so ja da macht er ja wenn das der bereichsalter hierhin und wieder dahin dann so selbe ich hier und raus immer aufs äußerste rein doch ja ist richtig um jetzt euch gerade und strom wir gehen auch bald aus haben wir aber noch alles drinnen also verarscht mich nicht immer wieder schön anzusehen ich würde mal sagen zähne machen wir auf alle fälle wie schnell seiten hier kunden was genauer machen wir gleich und hier noch mit baum beschäftigt 33 ihr braucht echt 3 pro 1 4 komponenten ja 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 es wird ja richtig eklig wie viele sitzen jetzt ich bin gezählt 1 4 5 6 7 8 9 10 ich mach mal weg also mehr als krieg ich den vielleicht so hin dass ich alle reinkriegen die mama 9 pro es langt aber immer noch nicht ich habe den da vorne nicht mehr jetzt alle bringt auch keiner geld wirklich so 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 sein das kann auch weg ok ja wir brauchen das dann holen wir aus dem all wir brauchten konzentrier dich abo eloi und das tut habe ich schon ach die karen was ist okay haben wir schaden an okay selbe die mond und auch das da aber das begrenzen noch mal 2100 sie hier und darf oh mein gott wie will ich denn das eigentlich später machen mit den dingern hier und das wird ja noch lustig wie kriege ich den in die rein boah kann ich die anfangen oder brauche ich ein empty slot ja das wird noch lustig werden das wird mega lustig werden äh hier wird nichts aber ich weiß dass sie sich irgendwo bei der forschung hier habe ich noch gar nicht gebaut das heißt da muss man auch mal als alt ja was ist als bald jetzt würde ich sagen für den karben nicht okay plan ich habe keine die irgendwas haben natürlich haben wir schon da hinten rein alle nanotubes ein holend und hinten rein packen die freis machen lassen haben die blutung seit mich unten das klingt doch nach einem plan das klingt nach einmal rein einmal raus einmal einmal raus so uns 200 jahre beschäftigt dann schauen wir nach dem planeten wo wir das zeug hoffentlich kriegen um das etwas günstiger aufzubauen was bräuchten wir dafür also so mega kompliziert ist es jetzt nicht als dass ich sagen müsste es macht diesen aufwand da wenn ich hier einstellen könnte dass er mir halt nur xy an mengen von dem zeug hier die man soll wäre ich halt richtig so was er natürlich noch nicht macht ich muss nur daran denken dass ich das dann halt noch mal raus löscht so so die morgen sollte man das ja schon die frage ist wie viel kommt jetzt halt 6.000 das jetzt über einen zeitraum von knapp über eine stunde was dort oben auf unserem gas planeten da produziert wurde ist jetzt nicht so als würde ich sagen das ist viel nur da kann ja nicht produzieren weil feiern eis voll ist ja keine ahnung müssen wir mal gucken wollen wir jetzt die teile finden stop 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 also ja keine sind ja eh noch nicht angeschlossen richtig produktiv nach kampf dick darüber wir keine scheu was sagt meine energie meine energie sagt aber du bist ein idiot aber so richtiger idiot tatsächlich nicht mehr okay das ist gut gehen sonst habe ich schon problem ich bin ja so speicherfreundlich ich speichere ja so selten so ein ganz großes problem im prinzip irgendwann wenn die aufnahme zu ende ist irgendwann haben wir versucht so nach jeder folge dann zu speichern also das logischste nun aber ja so richtig durchgezogen habe ich es nicht und wo sind die teile jetzt da ja okay lass mal landen irgendwie so ja okay ja näher zwei getrennte erarbeitet unabhängig davon das ist was ich sehe ja 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 mal hin gleich mal einer gießen von woher nehmen wenn ich es nicht stehlen kann wenn ich jetzt vorbeigleid habe ich ein problem sehr schön also mir gefällt dass wir das ja schicke die lucky die ok ja gut zur not können nämlich dann hier akkumulatoren auch wenn die dafür jetzt ja blöd sind weil wenn aufgebraucht da kriege ich jetzt natürlich gar nichts raus ja die nanotubes werde ich jetzt bestimmt nicht verheizt okay ähm gifet mir eine kiste und gebe mir einen kleinen davon und gib mir hier wieder meine 8 2 wir brauchen ja erstmal für unseren gewaltigen energiehunger den wir hier auf diesem planeten haben strom so wahrscheinlich sollte ich einfach mal mein solarseel seitdem da mal ordentlich durchdenken aber ja genau einfach nur ja so das darf er da rein ok die morgen du 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 passt jetzt machen wir das auch wenn man da glaube ich falsch ne ich glaube das nicht da in die ecke ran dass ich da besser raus kann äh bing der wovon brauchen wir aber wenigstens äh silikon oder alloy ok in silikon holen wir vom planeten her das heißt sei eigentlich voll vom wumpel wo ich was anschließt es hat nein also so so nicht so nicht so nicht äh äh hier ich will über den ersten ausgang raus genau und zwar das da so hin und hier ebenfalls ok das sieht jetzt ein bisschen strange aus aber ich mag ja strange Sachen so lassen wir das noch wesentlich stranger so viel dazu ok jetzt brauchen wir den habe ich ja echt bescheiden positioniert gebe ich jetzt mal gerade offen und ehrlich zu den hätte ich etwas schlauer positionieren sollen weil wenn ich dann nochmal raus möchte so könnte es leicht problematisch werden ok die dinge hier werden gebaut so ein bisschen also funktionieren wird die halt mache ich den jetzt auch so ja 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 weil die werden ja zu 100% hier auf dem planeten gebaut so hin und ich glaube da lang eingang ohne und so und du darfst die hier dass sind so viele sachen dabei hier bei diesen fenster das gar nicht gut okay die ganzen alien sachen da die haben wir halt nicht nur die gleich mal her dann kann man noch ein paar deuterium gebäude bauen können wir nicht geschlossen habe es hinten wahrscheinlich auch nicht schade dass man auch hier auf dem planeten nicht dann ist so ein turbo muss man machen kann beim fliegen meine ist es ja schon schnell aber klar irgendwann ist dieses schnell dann doch so langsam ach so ich habe das noch gar nicht ganz angeschlossen dann können wir seine händel sparen okay mal wieder umsonst umher geflogen auch schön ich habe die anderen gebäude auch noch nicht fertig angeschlossen schon haufen zeug von es macht sinn es macht sinn ist mal so das könnte ich schon machen ein theoret noch mal zwei stück wenn man dann die horn ausgehen ja dann bleiben wir doch mal in der gegend schnappen uns die noch nicht so viele genau das war ja da wieder und noch mal zwei ok haben wir die jetzt schon richtig fertig angeschlossen doch nein genau da fehlen ja noch die höher verringen sind jetzt gerade ihr unwichtiger das klar haben wir dann noch mal ein außer ich das heißen und da unten ab macht das da oben hin und wohl halt es da oben rein ja das machen wir aber bevor ich da jetzt noch einen hinbau der anderen seite wir haben ja noch dient da hier anzubauen wir haben dann die schmelzöfen die schmelzöfen brauchen wir auch noch mal die spezialgebäude zu naja das haben wir auch alles noch gar nicht ach viel zu tun gott sei dank glas also glas kommen wir hier aus sehr mal bis dahin draußen fängt ist das gewitteren an sehr schön abkühlung sei mal das schlimmer auf der einen seite da regt man sich auf dass es nicht so schön warm ist dann fängt es an zu regnen dann sagt man so die habe ich gebaut in einer mehr doch in einer chemik er will jetzt zwei stunden daneben dann stehen bleiben oder was die gebe nochmal zu alt staub eisengeschichte so kann man mal die bänder dann auch gleich mal austauschen sind aber genügend dabei hat ja einmal drüber oder drunter muss ich dann auf alle fälle das ist immer so dass aus dem direkten als gleich machen konnte woche auch neu die folge schon mal kurz etwas aus dem konzept gebracht das was heißen werden das was das heißen kann weg das werden doch wieder eine luft gepasst werden doch wieder geschlafen der kabo hat geschlafen ganz einfach so süß aus hat die setzen wir mal etwas logischer dahin so dass wir hier gleich volle kann herausgehen dass das auf dem band gar keine chance hat da irgendwie hinterher zu kommen ja nicht alles weil es wird wahrscheinlich ein passen da rein das war fast zu sehen noch eine große kiste aber zwei kleine ach wie ich sowas liebe ja das war ironisch okay jetzt brauche ich höre die wo ich noch nicht baue es hapert hier an so vielen baustellen unfassbar gut da brauchen wir diese netten kleinen dreieck jetzt nur hier schon so einen bereich wo ja eigentlich dann machen wir die loch in die andere richtung das waren ja nur zwei produkte sehr schön dass wir können den standard aufbau machen und fließbänder wollte da nicht einer fließbänder mitnehmen aber wie man gleich die doch ja klar ja 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 so und so und strom ich denke bald aber so ziemlich gut zurande kommen was ist das für ein band das ist mein ja gut kommen lass das denn jetzt haben wir gerade mal förderbänder nicht das mit dir ausgehen sind wir ja gleichen denn ihr alten auf alle fälle schmeißen hier dann gibt mir das dann habe ich gesehen knicker damit ich sie sitzt ordnet aber mehr als genug auf alle fälle ja da sind wir mal so ein bisschen drüber drunter hin und her gegangen du wirst doch jetzt bevor der darüber grüne neune ich friste ja auf die frist der ja auf ist und geht nicht mehr und hier hin ist gut ich hole energie ich hole energie mittlerweile sollte in der kiste ja auch ein bisschen was drin sein für ein papi effekt im kopf also jetzt ja wollte ich schon sagen können wir ja gleich auf vier stecks holen macht die zwei raus dass auch 46 dass ich wieder energieprobleme bekommen ja klar okay also blöd das ist blöd das will ich so nicht und lass uns ein bisschen weiter runter gehen wir können theoretisch auch ihren fangen und diese allein ist ja eh kein system mehr drin momentan ja das stört mich aber dann dabei ne wir können natürlich auch mit mal sagen wir machen das ganz geschickt und gehen gehen höhe hier haben wir den versatz drin haben wir dann versatz drin haben wir dann versatz drin macht das jetzt wirklich nicht davon abhängig oder bin ja total bekloppt also das ist ja nichts neues aber ich bin total bekloppt ich habe diesen blöden doppelklicken den muss ich mir mal noch aus einmal klicken abbrechen und behalten mein leid 1 zu 3 so ok nochmal dasselbe in grün bitte einmal hier und hier dasselbe jetzt wir wollen hinaus hinaus wir wollen rein 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 gut dann brauchen wir es darum machen wir es dann doch wieder klassisch ja dank natürlich jetzt diesen einfachen past copy braucht man dann auch diesen god mode vorerst mal nicht mehr finde ich auch schön 1 2 3 4 5 6 7 8 ja dann bleibt man doch mal bei der 10 hier 9 und 10 ok das richten wir gleich genau da muss ich jetzt ja zwar nochmal kopieren aber halb so viel das haben wir ja festgestellt das geht genau ja warum auch immer auch immer wieder hier wo auch wie das ist ich das ich das das ich Und der Rest dürfte ja jetzt fast soweit passen. Gut. Gehen wir bis dahin mit den Pols. So. Dann können wir mal hinten gucken, ob wir da noch Platz haben. Das sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus. Sieht sehr gut aus. Ähm. Ich muss es ja nicht übertreiben mit dem Ganzen. Naja gut. Müssen. Ähm. Da ist die geplant. Machen wir so. Dann. Hier hinein und hier. Du sollst speichern. Ich weiß nicht, wieviel von denen brauchen. Ah. Die brauchen wir dann auch natürlich für die Wireless. Für die großen Türmchen. Also die. Die großen Strompoles. So. Ihr braucht Magnete. Die haben wir hier direkt vor Ort. Das ist das Schöne daran. So. Rüber. Rüber. Rein. Dann haben wir einen Stromast vergessen. Und jetzt die Dreieckli. Christman. Ah. Da kommen wir ja hier runter. Ja. Super. Das ist super. Ich meine. Ich finde das cool, dass er das da hier so schräg da als machen möchte. Also. Nee. Dann gehen wir so. Da kann man nämlich gerade. Oh mein Gott. Es sieht schon irgendwie strange aus. Ich glaube, da haben sie so ein bisschen dran rumgeschraubt. Ich habe die neuen Patchen Autos jetzt. Ich war nur mal ganz kurz durchgelesen. Das kam ja. Und jetzt heute noch mal ein kleiner Hotfix raus. Da ging es ja um diese Milchstraße. Wenn ich dran denke, zeige ich das am Ende der Aufnahme mal. Wo man da so einen Vergleich sieht, was man selber da an Strom produziert, was andere da an Strom machen, etc. Pp. Coole für eine Funktion auf alle Fälle. Da, da, da. Wenn da jeder so einen Planeten dann betoniert. Ja, Gott sei Dank. Da sieht ihr das Universum aus richtig schön. Okay, die darf er voll machen. Die ist jetzt auch nicht so sonderlich schnell. Ja, ja. Ich weiß, ich konnte nicht jeden. Zwiebeln. Ja, gut. Ein theoretisch. Kupieren, darüber sitzen. Ist man jetzt darauf angewiesen. Also wir halten es mal als Option frei. Ist doch hier wird höchstwahrscheinlich nochmal. Deswegen bin ich echt schon am überlegen, ob ich den Turm einfach nach hinten verziehe. Weil die sind ja ziemlich gut dabei. Wobei jetzt hier sieht es ja auch gut aus. Also momentan kein Grund dafür, wie sieht es Solar Sail aus. Ganz gut. Kohle ist voll sehr schön. Gefällt mir. So. Weswegen habe ich jetzt diesen Kleiderradatsch gemacht? Ähm, weil ich glaube, ich irgendwas bauen wollte. Sorry, mein Freund. Ich spare ich mir, weil ich ja... Ja, genau. Das ist jetzt das Problem. Ganz genau. Das habe ich nämlich halbwegs gedacht. Du, Snacks ist alles. Nee, das hat auch nichts mehr. Ich habe auch jetzt nicht wirklich, dass ich jetzt Leichtöl sagen könnte, dass ich hier das umwandeln könnte. Das Feiern Eis. Also, das ist Deuterium, ja. Äh, bitte sag mir nicht, dass ich hier einfach nur so doof war. Nee, das ist Deuterium. Das ist schon voll. Nee, das ist schon voll. Okay. Ähm. Ähm. Gut. Dann kommen wir nicht nur rum. Und da brauche ich für die Böse zu schneiden. Dann haben wir ja Gott sei Dank noch ein bisschen was da. Okay. Dann die Probleme lustig, ne? Das wird nicht so viel bringen da. Wird mir... Na gut, Deuterium hätten wir einen Haufen, ne? Dafür bräuchte ich... Das wäre halt auch schön. Das war ja nicht die Diamonds, ne? Ja. Wäre halt schön, wenn ich das hätte. Aber ich könnte es auch mit den... Kohle ist halt auch so ein Problem. Ich glaube, die wiegt mich da momentan so ein bisschen... Critical. So, bei... Hier. Wenn ich die jetzt mache, dann kriege ich Hydrogen mit raus. Dann wird das Problem schon mal gelöst, ne? Das Hydrogen musste ich dann nur da hin. Ja, das ist ja easy. Dann mal Diamanten habe ich hier doch schon. Wir machen jetzt die Warblins. Und wir sind ja eh schon wieder zeitlich vollkommen drüber. Ai, ai, ai. Ai, caramba. Okay, dann werden wir mal gucken. Oder werde ich mal gucken, wie wir jetzt das Ding hier... Oder ja, ich würde mir jetzt überlegen, wie wir es machen. Und dann werden wir gleich sehen. Und ihr werdet es hören. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.